Venedig ist eine Stadt im Nordosten Italiens. Sie ist die Hauptstadt der Region Venetin, Metropolitenstadt Venedig und trägt den Beinamen La Serenissima. Ihr historisches Zentrum liegt auf einigen größeren Inseln in der Lagune von Venedig. Die Gesamtfläche Venedigs beträgt 414,6 Quadratkilometer, davon entfallen 257,7 Quadratkilometer auf Wasserflächen. Am 31. Dezember 2013 zählte die Stadt 264,534 Einwohner, davon 181,883 in den Stadtteilen auf dem Festland, 58,901 im historischen Zentrum und 29,674 innerhalb der Lagune. In der Lagune befinden sich 118 Inseln. Sie erstreckt sich über etwa 50 Kilometer zwischen den Mündungen der Flüsse Adige im Süden und Piave im Norden in die Adria. Venedig war bis 1797 Hauptstadt der Republik Venedig und mit über 180.000 Einwohnern eine der größten europäischen Städte. Bis ins 16. Jahrhundert war sie eine der größten Handelsstädte, über die der Handel zwischen Westeuropa und dem östlichen Mittelmeer abgewickelt wurde. Venedig unterhielt die meisten Handels- und Kriegsschiffe. Ihr Adel profitierte vom Handel mit Luxuswaren, Gewürzen, Salz und Weizen. Venedig entwickelte sich zum größten Finanzzentrum und dominierte ein Kolonialreich, das von Oberitalien bis Kreta und zeitweise bis nach Zypern reichte. Nach französischer und österreichischer Herrschaft zwischen 1798 und 1866 wurde Venedig ein Teil Italiens. 1929 wurde der Industriekomplex Mestre Magiera in die Kommune di Venezia eingemeindet. Der jüdische Anteil der Bevölkerung wurde während des Zweiten Weltkriegs vernichtet. In den Jahren 1965 bis 1970 erreichte die Stadt mit knapp 370.000 Einwohnern die höchste Bevölkerungszahl, die seitdem wieder um etwa 100.000 Einwohner zurückgegangen ist. Venedig und seine Lagune stehen seit 1987 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Sie haben überaus häufig inspirierend auf Künstler gewirkt und Venedig wurde eine der am häufigsten von Touristen aufgesuchten Städte. Seit einem Jahrhundert ist die wirtschaftliche Struktur der Altstadt einseitig auf den Tourismus ausgerichtet, während sich die industrielle Tätigkeit vor allem um Mestre und Magiera auf dem westlichen Festland konzentriert. Geografie, Geologie Die Siedlungen, aus denen Venedig entstand, liegen auf Schwemmland, das nach Eiszeitliche Flüsse hervorbrachten. Die in deren Mündungsgebiet entstandene Lagune umfasst eine Fläche von etwa 550 Quadratkilometer und wird von ungefähr 60 Kilometer langen Sandbänken gegen die Adria abgegrenzt. Nur etwa 3% dieser Fläche bedecken Inseln, der Rest besteht aus Wart und Marschland, den Barrene, die über 90 Quadratkilometer umfassen. Dann aus etwa 92 Quadratkilometer Fischfanggründen, den Valida Pesca. Die Barrene werden von natürlichen Kanälen durchzogen, die man Gebi nennt. Um 1900 umfassten die Barrene mehr als 250 Quadratkilometer. Im Gegensatz zu den häufig überschwemmten Barrene tragen die Fellme und Tiefen nur geringe Vegetation, weil sie nur bei sehr tiefem Wasserstand auftauchen. Die Lagune entstand ab etwa 4000 V. CHR, durch Ablagerungen der Brenta und anderer Flüsse und Bäche Oberitaliens. Diese Flusssedimente überdecken eine Jungspleistozene-Grundschicht aus Lehm und Sand, die zwischen 25 Meter dick ist. Während der letzten Eiszeit lag der Meeresspiegel 120 Meter unter dem Niveau vom Jahr 2012, stieg jedoch bis um 5000 V. CHR, um 110 Meter an. Seither steigt der Wasserspiegel unter starken Schwankungen langsam weiter. Venedig lag um 400 in. CHR, noch immer etwa 1,9 Meter unter dem Meeresspiegel des Jahres 1897. Ab dem Hochmittelalter war die Lagune tiefgreifenden Veränderungen, wie der Umleitung von Zuflüssen ausgesetzt, um den Wasserstand zu regeln und Verlandungen zu vermeiden. Seit dem frühen 20. Jahrhundert wurden zahlreiche Kanäle vertieft und verbreitert, was erheblich mehr Salzwasser in die Lagune führt und die Strömungsgeschwindigkeiten erhöht. Die Stadt liegt in der gemäßigten Klimazone. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 13,5 Grad Celsius. Die wärmsten Monate sind Juli und August mit durchschnittlich 23,1 bzw. 22,6 Grad Celsius. Der kälteste Monat ist der Januar mit 3,0 Grad Celsius. Die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur beträgt im Juli und August 27 Grad Celsius. Die Lagune von Venedig wird durch das maritime Klima der nördlichen Atria geprägt. Dadurch erklären sich die Niederschlagsspitzen im Verlauf des einsetzenden Spätsommers, da sich zu diesem Zeitpunkt das Kontinentalklima vom osteuropäischen Festland, insbesondere den Karpaten und dem Folgen durch die Umkehrung der Wetterlage von der Südseite der mitteleuropäischen Alpen auswirkt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei 770 mm. Der meiste Niederschlag fällt im November mit durchschnittlich 86, der geringste im Januar mit durchschnittlich 53 mm. Der nördliche Teil der 550 Quadratkilometer großen Lagune enthält vorwiegend Süßwasser und wird vom Gezeitenwechsel, der etwa 418 Quadratkilometer erreicht, kaum berührt. Er heißt daher Laguna Mota. Die Salzwasserlagune, deren Wasserstand mit Ebbe und Flut sinkt und steigt und die von Meerwasser stärker durchspült wird, heißt hingegen Laguna Viva. Die Barene bieten einen günstigen Lebensraum für eine Vielzahl von Arten, doch wurden sie stark verkleinert. Bedeckten sie um 1900 noch 20% der Lagunenfläche, so waren es 1930 nur noch 13%, inzwischen sind es nur noch 47,5 Quadratkilometer. Als in den 1960er Jahren ein weiteres Industriegebiet erschlossen werden sollte, wurden die Kasse die Colmata, wie diese genannt wurden, jeder wirtschaftlichen Nutzung entzogen, um sie zu einem Industriegebiet auszubauen. Dort wurden große Mengen an Schlamm und Beton eingebracht, so dass neue Inseln entstanden, die durchschnittlich zwei Metern über das Wasser ragten. Doch geriet das Projekt nach der katastrophalen Überschwemmung vom 4. November 1966 in die Kritik, wurde 1969 gestoppt und 1973 endgültig beendet. Inzwischen sind diese Gebiete von größter Bedeutung für Zugvögel geworden, ihr Kern umfasst 11,54 Quadratkilometer. Der World Wide Fund for Nature erklärte das Gebiet zu einem der wichtigsten Schutzgebiete für Zugvögel in Europa, wozu auch die Fischgründe zählen. Flora und Fauna der venezianischen Gewässer sind von großem Artenreichtum geprägt. Daher werden hier Al, Meeresche, Wolfsbarsch, Goldbrasse und viele andere Fischarten auf dem Markt angeboten. Sie kommen aus den Fischgründen der Lagune, wo auch Vögel, Säugetiere und Reptilien leben. Über 60 Vogelarten brüten allein in der Lagune. An ortsfesten Vögeln findet man Stockente, Rohrweihe, Teichralle, Blessun, Seerigenpfeifer, Flussseeschweibe, Beutelmeise, aber auch Purpurreiher, Nachtreiher, Roschenkel und Haubentaucher. Zudem überwintern hier Haubentaucher und Schwarzhalsstaucher, Silberreiher und verschiedene Entenvögel. Mehr als die Hälfte der Alpenstrandläufer, die in Italien überwintern, tun dies in der Lagune. An Säugetieren finden sich die Zwergmaus, die Wasserspitzmaus, Ältis, Steinmatter, große Wühlmaus, Mauswiesel, aber auch Braunbrustigel. Ebenso leben hier die gelb-grüne Zornnatter, die Ringelnatter und die Würfelnatter. Hinzu kommen zahlreiche Insekten- und Spinnenarten. An Pflanzen finden sich zahlreiche Arten aus den Gattungen von Quäler, Strandflieder und Salzschwaden. Die Vegetation unterhalb des Wasserspiegels wird von zwei Gemeinschaften der Samenpflanzen gebildet, die für die Entenvögel von großer Bedeutung sind. Nämlich dem zu den Seegresern zählenden Zwergsegras und der zu den Seiden zählenden Meeressalde, die sich vor allem in Gebieten geringerer Salzkonzentration auf stabilem Untergrund findet. Zudem findet sich Schilfrohr, Rohrkolben, insbesondere die Art breitblättriger Rohrkolben. Die meisten dieser Arten leben in den Fischgründen, nicht in der offenen Lagune, denn die Sümpfe wurden weitgehend zerstört. Seit einigen Jahren wird über die teilweise Öffnung der Walli diskutiert, um die dort vorhandenen Arten wieder außerhalb der Fischgründe auszubreiten. Von den ursprünglichen Wäldern verblieben nur der Park der Villa Matta in Mestre und der 230 Hektar große Wald von Carpenedo. Dort finden sich vor allem Heinboche und Stilleiche. Inzwischen ist Mestre von Wäldern umringt, unter ihnen der Bosco dello Celino, der Bosco di Campalto und die Boschi Ottolenghi. 1984 hatte sich die Bevölkerung gegen den Bau eines Krankenhauses direkt gegenüber dem Carpenedo-Wald gewandt und sukzessive die Ausdehnung der Wälder durchgesetzt. Zudem wird die riesige Müllhalde zwischen Mestre und der Lagune, die eine Fläche von sieben Quadratkilometer umfasst, in einen Park, den Parco San Giuliano umgewandelt. Hinzu kommt der Parco Albanese zwischen Mestre und Carpenedo, der 33 Hektar umfasst. Ausdehnung, Lage und Verwaltungsstruktur Venedig ist die Hauptstadt der metropoliten Stadt Venedig, die am 1. Januar 2015 aus der Provinz Venedig hervorging. Die Stadt Venedig umfasst das historische Zentrum mit rund sieben Quadratkilometer Fläche sowie den größten Teil der Lagune von Venedig mit ihren über 60 Inseln. Hinzu kommen die langgestreckten Inseln Lido und Pellestrina, die die Lagune von der Atria abgrenzen. Ferner die auf dem Festland gelegenen Stadtteile Favaro Veneto, Mestre, Chirignago und Celarino sowie Magera. Die Stadt ist seit 2005 in sechs Bezirke oder Municipality eingeteilt. Die Municipale der Venezia Murano-Burano umfasst das historische Zentrum, also das, was im deutschen Vielfach Altstadt genannt wird. Diese ist wiederum in sechs Sestieri untergliedert, von denen jeweils drei links und rechts des Canal Grande liegen, der die Altstadt in Form eines breiten Fragezeichens von West nach Ost durchfließt. In Fließrichtung rechts annähernd westlich und südlich des Canal Grande liegen die drei Sestieri San Polos d'Orso duro. Zudem auch die Inseln, der am Südrand der Altstadt gelegenen Giudecca gehören und Santa Croce. Auf der linken, im allgemeinen östlichen und nördlichen Seite des Canal Grande liegen die Sestieri San Marco. Zudem auch die Insel San Giorgio Maggiore gehört Canaregio und Castello. Traditionell wurden die Sestieri links und rechts des Kanals aus dem Blickwinkel des Dogenpalasts bezeichnet, das heißt, die aus dieser Perspektive diesseits des Kanals gelegenen Sestieri wurden mit Citra bezeichnet, die jenseits dieser Hauptwasserstraße mit Ultra. Neben den sechs Sestieri der Altstadt umfasst der Bezirk den mittleren und den nördlichen Teil der Lagune mit zahlreichen Inseln. Zu deren wichtigsten die Glasbläserinsel Murano, das nordöstliche Insel Trio Burano, Mazzobo und Tortrello sowie die Gemüseinseln San Terrasmo und Vignol gehören. Die Municipalite Lido-Pelestrina nimmt hingegen den östlichen Teil der Lagune mit der von Cioca bis Jesolo reichenden Nährung ein, die die Lagune zur Atria hin abschließt. Die beiden schmalen, langen Sandbänke erstrecken sich über mehr als 20 Kilometer südwärts von Venedig. Der nördliche Relido di Venezia entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum Mondenenseebad mit luxuriösen Hotels und einem Spielcasino, Pellestrina lebt dagegen überwiegend von Fischfang und Muschelfischerei. Das am Südrand der Lagune gelegene Cioca gehört nicht zu Venedig. Neben diesen beiden insularen Municipalite bestehen vier weitere auf dem Festland. Der Bezirk Mestre-Carpinedo wurde 1926 nach Venedig eingemeindet und beherbergt mehr als die Hälfte der Einwohner der Stadt. Versuche, Mestre aus der Gemeinde Venedig wieder auszugliedern, scheiterten in vier Referenten. Zuletzt 2003. Der Industriestadtteil Magera liegt ebenfalls auf dem Festland und ist durch die petrochemische Industrie geprägt. Der Stadtteil Favaro-Venedig liegt nordöstlich von Mestre und schließt den Flughafen Marco Polo ein. Die Municipalite Chirignago-Cellarino umfasst die auf dem Festland gelegenen Stadtteile Chirignago, Cipressina, Cellarino, Triviniano und Gessera. Die westlichen Vororte und hat als einzige Municipalite keinen Zugang zur Lagune. Struktur der Altstadt Die Altstadt von Venedig setzt sich aus 118 Inseln zusammen, zwischen denen sich unterschiedlich breite Kanäle hindurchziehen. Zu vielen dieser Inseln gehört ein Platz als Kommunikations-, Verkehrs- und Handelszentrum, an dem eine Gemeindekirche steht. Jedoch haben Veränderungen ab dem frühen 19. Jahrhundert diese Struktur überlagert, wie etwa der Bau der breiten Strada Nova oder der Via Eugenie. Neben dieser Grundstruktur weisen einige Bezirke aufgrund verschiedener historischer Funktionen stark abweichende Strukturen auf. So um den Markusplatz, das ehemalige Macht- und Repräsentationszentrum der Stadt. Der mit einer Abmessung von 175 Meter Länge und bis zu 82 Meter Breite größte Platz der Stadt ist von den angrenzenden staatlichen Gebäuden geprägt. Insbesondere vom Dogenpalast und den Prokuratien. Hinzu kommen Bibliotheken und Museen, die Markuskirche und der Campanile, aber auch vier große Cafés. Auf der anderen Seite des Canal Grande ist der Campus San Polo der größte Platz. Mehr Fläche als der Markusplatz weist im Osten der Stadt das Arsenal auf, in dem der für Venedig überaus wichtige Schiffbau angesiedelt war und das militärisches Sperrgebiet ist. Seine Umgebung weist typische Kennzeichen eines Industrieviertels auf. In diesem Bezirk waren zeitweise über 10.000 Arbeiter beschäftigt. Die dortige Schiffsproduktion erinnert in ihren Prinzipien der Normierung und Systematisierung an industrielle Fließbandproduktion. Rund um das Arsenal lebten die Arbeiter in dieser größten Fabrik des Mittelalters, die Arsenalotti. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Westen der Stadt am stärksten von der Anbindung an das Festland gekennzeichnet. Dort mündet die große Brücke zum Festland der Ponte de la Liberté. Die 1931 als Straßenbrücke neben der 1841 bis 1846 fertiggestellten Eisenbahnbrücke entstand. An ihrem Kopf dehnt sich der Bahnhof aus am Ende des Ponte de la Liberté befinden sich ein Parkhaus und ein Bushalteplatz am Piazzale Roma. Weiter südostwärts endet ein Gleis bei der Statione Maritima, von der der Eisenbahngüterverkehr in den kleinen Hafen angebunden ist. Zudem wurde mit Trochetto eine über 18 Hektar große künstliche Parkinsel aufgeschüttet. An der Südseite der Stadt erstrecken sich die Settere von der besagten Statione Maritima im Westen bis zum Canal Grande. Dann weiter ostwärts die Riva de Gischiavoni vom Dogenpalast bis zum Gelände der Biennale. Diese Südseite wird als Flaniermeile genutzt. Ähnliches gilt für die gegenüberliegende Nordseite der Giudecca, die fast als einzige noch industrielle Strukturen aufweist, wie die Stacke-Mühle. Dieses Bauwerk entstand 1895 nach den Plänen des Architekten Ernst Wohlekopf aus Hannover. In vielen Quartieren ist die stärker gemischte Sozialstruktur erhalten, doch haben sich manche von ihnen zu armen Vierteln entwickelt. Wie etwa Sacker Fisola. Das Gebiet um das Arsenal bis zur Via Garibaldi kann eher als typisches Arbeiterviertel angesehen werden. Zwar siedelte die Sere Nisima vielfach die Angehörigen verschiedener Nationen in eigenen Straßenzügen an. Wie oftmals an den Namen der Gassen abzulesen ist, doch ist von dieser Einteilung nur noch wenig zu spüren. Einzig das Ghetto, das Quartier, in dem von 1516 bis zum frühen 19. Jahrhundert die Juden der Stadt lebten, weist eine eigene Struktur und Bauweise der Häuser auf. Alle venezianischen Juden wurden gezwungen, nach Nationen geteilt dort zu leben. Neben ihnen wirkte die Kommune über die zuständigen Amtsinhaber die Kataverie auf die lokalen Verhältnisse ein. Aber auch die christlichen Besitzer der Häuser und Brunnen, bei denen die Juden zur Miete lebten, wie es im Dekret vom 29. März 1516 ausdrücklich heißt, Sollten die Vormieter ihre Häuser verlassen und die neuen Mieter einen um ein Drittel erhöhten Mietzins zahlen, so entstanden bald Häuser mit bis zu acht Stockwerken mit häufig sehr niedrigen Decken. Zudem waren die Wohnverhältnisse insgesamt sehr beengt. 1552 lebten auf einem Gebiet von etwa 3 Hektar 900 Bewohner. 1611 waren es 5500, bald musste das Ghetto ausgeweitet werden. Ab 1633 entstand neben dem Ghetto Novo und dem Ghetto Vecchio das Ghetto Novissimo. Straßenzüge mit gleichen Funktion wurden zwar hier und da bereits im Spätmittelalter durchgesetzt, wie etwa im Bereich des Rialto-Markts und um die Karampane, das ehemalige Viertel der Postituierten, um das Arsenal und den Dogenpalast. Doch ließ sich dies mit der insularen Struktur nur schwer vereinbaren. Die Dominanz des Wasserverkehrs wird am Canal Grande augenfällig, der nur stückweise von Fußgängern erreichbar ist. Dies ist vor allem um die Rialto-Brücke möglich, das ehemalige kommerzielle Zentrum der Stadt. Am Kanal ballen sich stattdessen seit dem Spätmittelalter die repräsentativen Palastbauten des Stadttadels, die Palazzi oder Cays. Diese Cays waren im Besitz vielköpfiger familiengleichen Namens wie etwa der Contarini, die jedoch in mehrere Dutzend Zweige zerfielen, die nur wenig miteinander zu tun hatten. Daher werden ihre Paläste nicht nur mit circa Contarini, sondern näher mit dem Namen der zugehörigen Kirchengemeinde bezeichnet. Manchmal auch dem Namen späterer Besitzer oder auffälliger Eigenheiten. So kommen Namen zustande wie Palazzo Barbarigo de la Terraza oder der Palazzo Grimani di San Luca, der im 16. Jahrhundert in der Gemeinde des heiligen Lukas entstand. Rund um diesen Kernbereich der Stadt liegen zahlreiche Inseln, denen bereits im Mittelalter verschiedene Aufgaben zugewiesen wurden. Eine Friedhofsinsel, eine für die Glasbläser oder eine für die Gemüseproduktion, andere dienten der militärischen Sicherung der Lagune. Die Orte der Lagune wurden auf Millionen von Holzpfählen errichtet, die man in den Untergrund rammte. Man hatte früh entdeckt, dass sich unter der Schlammablagerung fester Lehmboden, der Karanto befand und dass sich auf Pfählen, die man in diese Schicht hinein rammte, Gebäude errichten ließen. Auf dieser ersten Ebene ruhte der sogenannte Zaterren, eine Art Ponton aus zwei Schichten von Lerchenbohlen, die mit Backsteinen befestigt wurden. Auf den Zaterren stützen sich die Grundmauern und schließlich das oberirdische Mauerwerk. Die Bauten selbst wurden, um Gewicht zu sparen, aus leichten, hohlen Tonziegeln, den Matoniten erbaut. Viele Gebäude sind trotz erkennbarer Bemühungen in schlechtem Zustand. Gründe dafür liegen zum einen im Anstieg des Wasserspiegels, der in den meisten Gebäuden das unterste Geschoss unbewohnbar macht. Zum anderen wurden seit dem Ende der Republik Venedig die Pflegemaßnahmen an Bauten und Kanälen vernachlässigt. Die durch Ebbe und Flut der Atrier ausgelösten Strömungen in der Lagune wurde zusätzlich verstärkt durch das Ausbaggern tiefer Fahrinnen für die Überseeschiffe, die den Hafen von Magera ansteuern, sodass Fundamente unterspült wurden. Schließlich sind Wohnungen in der Altstadt erheblich teurer als auf dem Festland und daher vielfach unbewohnt. Straßen, Gassen und Plätze Die Venezianer unterscheiden die Fußwege und Plätze sehr sorgsam. Die Hauptstraßen Ruge und die Salisadee, die ersten, ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mit pflasterbedeckten Gassen, sind in ihrer Anzahl begrenzt. Kalle werden die engeren Straßen genannt und fundamental heißen die Straßen längs der Kanäle, die auch als Fundament für die Bauten dienen. Lista ist das Stückweg in der Nähe der wichtigen Paläste und der Botschaften, die eine besondere Immunität genossen. Merzeri sind die Straßen mit den Geschäften, die Rive verlaufen längs der Seiten Kanäle. Ein Rio Terra ist ein zugeschütteter Kanal, ein Ramo eine kurze Straße, die von einer Kalle oder einem Campiello abzweigt, einem kleinen Platz. Ein Campo ist ein Platz, an dem eine Kirche steht, ein größerer Freiraum, der früher Gemüsegarten oder Weideland für Pferde war. Campiello ist ein von Häusern umgebener Platz, auf dem die Kalimünden, Corti sind die Innenhöfe der Häuser. Paludu erinnert daran, dass diese Gegend früher versumpft war, anstelle der Piscine befanden sich Teiche, wo man baden und fischen konnte. Der Soto-Portigo geht unter den Häusern hindurch und verbindet Cali, Campielli und Corti. Die Plätze und Plätzchen unterscheidet man von der Piazza, mit der die Piazza di San Marco, der Marcusplatz, gemeint ist. Auch wenn es eine Piazza di Rialto gab. So wie Piazza den Marcusplatz meint, so bezeichnet die Piazzetta den Platz vor dem Dogenpalast, der den Marcusplatz mit der Molo, dem Anlegeufer an der Lagune verbindet. Die Piazzetta di Leoncini ist der Teil des Marcusplatzes nördlich des Marcusdoms, benannt nach den beiden dort aufgestellten Löwenfiguren. Der Platz mit dem Busbahnhof heißt hingegen Piazzale Roma. Es existiert nur eine einzige Strada, die Strada Nova. Dazu kommen drei Vieh. Kanäle und Brücken Venedig besitzt ungefähr 175 Kanäle mit einer Gesamtlänge von rund 38 Kilometer. Die Hauptverkehrssada ist der Canal Grande, dazu kommen viele Wasserwege außerhalb des historischen Zentrums. Der gezeigten Unterschied betrug früher 60 Zentimeter. Durch ein System von Wasserregulationen wurde eine ständige Zirkulation gewährleistet, die die Stadt und das Wasser reinigte. Die Kanäle waren ursprünglich auf etwa 1,85 Meter Tiefe ausgelegt. Ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert wurden sie bis in die 1990er Jahre allerdings nicht mehr gereinigt. Zudem wurden seit dem 18. Jahrhundert zahlreiche Kanäle zugeschüttet oder stillgelegt. Was sich vielfach an der Bezeichnung Rio Terra ablesen lässt. So ist etwa die breite Via Garibaldi durch Zuschüttung eines Kanals entstanden. 1776 wurde der Rio de Le Carampane zugeschüttet. Dort befindet sich ein kleiner Platz. In der Stadt gibt es 398 Brücken. Bis etwa 1480 waren sie überwiegend aus Holz, später wurden sie durch Steinbrücken ersetzt. Inzwischen sind nur noch zwei von ihnen ohne Geländer. Eine davon ist die Teufelsbrücke auf der Insel Torcello. Die andere erschließt ein Privathaus in Canareggio. Viele waren sehr flach gebaut, um sie auch für Pferde und Karren begehbar bzw. befahrbar zu machen. Die Rialto-Brücke war bis Mitte des 19. Jahrhunderts die einzige Brücke über den Canal Grande. Inzwischen sind drei weitere hinzugekommen, nämlich der Ponte de Giscalzi in Bahnhofsnähe, der 1932 eine eiserne Vorgängerbrücke von 1856 ersetzte, und der Ponte de la Academia beim namensgebenden Kulturinstitut, der ab 1854 entstand und 1933 ersetzt wurde. Eine vierte Brücke, der Ponte de la Constitution, wurde 2008 eingeweiht. Diese Brücke verbindet den Piazzale Roma mit dem Uferstreifen östlich des Bahnhofs Santa Lucia. Eine der bekanntesten Brücken, die Seufzerbrücke, verbindet die ehemaligen Staatsgefängnisse im Erdgeschoss, die sogenannten Pozzi, mit dem Dogenpalast. Die Strohbrücke, die den Rio di Palazzo am Dogenpalast überspannt, heißt so, weil dort die mit Strohbeladenen Boote anlegten. Andere Brücken heißen nach dem überspannten Rio, einem nahegelegenen Palast oder einer Kirche, häufig nach einem Heiligen. Der Name Pont Estotto, der in Venedig wohl zehnmal vorkommt, weist auf eine Brücke hin, die einen Rio schräg überquert. Eine Besonderheit stellt die jedes Jahr am 21. November geschlagene Brücke über den Canal Grande dar, die die Kirchen Santa Maria del Giglio und Santa Maria de la Salute verbindet. Auf ihr findet eine Prozession zum Dank für die Erlösung von der Pest von 1630-1631 statt. Vergleichbares findet am Samstag vor dem dritten Sonntag des Juli mit dem Brückenschlag über den Canal de la Giudecca zur Kirche El Redentore statt. Mit dieser Festa del Redentore bringt man seinen Dank für die Erlösung von der Pest von 1575-1576. Zum Ausdruck. Das mit Abstand längste Brückenpaar bildet die einzigen trockenen Verbindungen vom Festland zur Insel Welt des Centro Storico. 1841 bis 1846 wurde die Eisenbahnbrücke erbaut, die den Bahnhof von Meström mit dem Bahnhof Santa Lucia im Centro Storico verbindet. Sie ist 3605 Meter lang. Sie ist elektrifiziert und weist etwa in der Mitte an ihrer Nordostseite eine Insel mit Bäumen auf. Die erst 1931 bis 1933 errichtete großteils ganz nahe, parallel laufende Straßenbrücke wurde nach dem 2. Weltkrieg auf Freiheitsbrücke umbenannt. Im Gedenken an die Befreiung vom Faschismus. Sie ist 3623 Meter lang, verbindet Mestre mit Canaregio und Santa Croce und ruht auf 222 steinernen Bögen.